Ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen zu Hause heute sitzen und sagen, ich möchte 500 Euro und sie werden sie bekommen. Denn wir haben heute Gäste, wie zum Beispiel Christoph Maria Herbst. Entschuldigung, ich bin noch nicht so weit. Der tief motiviert ist, wie Sie sehen. Tief oder hoch? Na eher tief. Ich bin ehrlich gesagt hoch motiviert. Jetzt hat er die Brille auf, jetzt können es losgehen. Jetzt fangen wir an. Er sieht gut aus, finde ich. Frau Wensinn, steht ihm das? Ja. Er war lange nicht mehr hier, wo warst du? Ich hatte diesen heftigen Gerichtsstreit mit meinem Friseur. Der zog sich dann doch über drei Monate hin. Aber wir kriegen das, Schwein. Der ist ja auch der Fluch. Wir wollen keine Zeit verlieren, meine Damen und Herren. Wir kommen zu Siggi Kottisch, er wohnt in Hamburg und Siggi möchte wissen, was ist ein lackierter Spinner? Ja, zurück zu mir. Das kann man ja auch, wenn man das Haar so trägt wie ich, kann man das auch lackieren. Und dann ist man, äh, äh, dann halt. Ich weiß nicht, gibt es im Angelsport, da gibt es da so lustige, so lustige, ich weiß nicht, ob es da nicht sogar auch einen Spinner gibt. Den gibt es. Spinner gibt es überall, Frau Wensinn, wissen wir doch. Ja, ja, ich sitze gerade vor einem, Herr Wann. Da braucht man nichts. Um den zu lackieren, wir wissen nicht. Ein lackierter Spinner wird ein besonders leuchtender, lustiger, äh, so oben auf dem Wasser wabernder und unten hängt der Haken vom Angelsport. Ein Föder. Föder. Ein Köder, das ist so das Wort. Das ist die Antwort der Gruppe, ist das richtig? Ein Spinner ist also ein Köder. Ja. Das ist falsch. Nein, nein, ein Spinner ist doch fast oben rum dümpelt. Der Köder hängt unten drunter. Das ist doch falscher. Ja, ja. Gut, anderer Ansatz. Mit wem? Mit Angeln. Mit Angeln? Ist das eine Sportart? Nein. Hat nichts damit zu tun. Haben Sie die Frage verstanden, Herr Wann? Geht Ihnen das zu schnell hier? Schmetterlinge, meine Damen und Herren. Unter den Schmetterlingen gibt es ja bekanntlich auch die Spinner. Ja. Und eventuell gibt es dort ein Balzverhalten, das sich dadurch auszeichnet, dass Pheromone in Lackkonsistenz auf das Weibchen gesprüht werden. Okay, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist eine uralte Apfelsorte, die nur noch in der Eifel wächst. Der berühmte lackierte Spinner, der ist christlich. Der ist so ein bisschen süß-säuerlich, geht so ein bisschen ins, äh... Von wo war es? Von Hetzeln gerade? Äpfel. Äpfel ist denn mit Rudolf Mooshammer. Das ist mal so, ein Schlagwort mal. Einfach mal einen Namen zu nennen. Aber das Insektenbereich ist doch mit Sicherheit richtig. Ein Spinner, der spinnt sich, lustige kleine Kokons, Netze. Vielleicht gibt es ja besonders chitinhaltige, äh, Tiere, die so schimmern. Nicht, nicht chitinhaltig. Chinin. Auch nicht chinin. Chinin ist ein Schweppes. Gar nicht. Aspirin. Also, da ist was drin, dass dieses Insekt besonders glänzt und lackiert wirkt. Wo ist das? Ein Käfer. Erstmal ein Käfer. Ihr fahrt es auf der Flügelchen, in den Äderchen, im Blut. Blut? Im Blut, sagen Sie. Ich glaube, dass Sie uns wieder auf diesen Mega-Holzweg führen wollen. Ich kenne dieses blöde Gesicht. Das ist so breit. Also, es ist kein Insekt, okay? Überhaupt nicht. Sagen Sie einfach nur Ja oder Nein! Vielleicht ist es ein Fahrzeug, Herr Balder. Es hat ja zum Beispiel in den 50er Jahren Fahrzeuge gegeben, wie den Hanomag-Komisbrot oder Wanderer-Puppchen zum Beispiel. Ja, das gab's. Wer war denn Wanderer-Puppchen? Das war von der Firma Wanderer ein Fahrzeug, was sich Puppchen nannte. Genauso wie die Ente von Citroën eine Ente ist. Und der lackierte Spinner vielleicht so ein Auto ist, was halt einfach ein bisschen scheiße ist. Aber eben lackiert, nicht? Ein Trabant zum Beispiel könnte ein sehr guter lackierter Spinner sein, wenn ich genau drüber nachdenke. Nein, es ist kein Auto. Ich glaube, es kommt vielleicht aus der Baumarktbranche, möchte ich das mal sehr weit fassen. Und zwar, es gibt doch die Wäschespinne und die gibt es, um sie gegen Regen zu schützen, auch lackiert. Und der, der die benutzt, ist ein lackierter Spinner. Und mit die Wäsche, vielleicht für Lack und Leder, Herr Balder, da kennen Sie sich aus. Was ist denn das denn für eine Anspielung? Ich hab keine Ahnung. Also das möchte ich aber jetzt mal... Ich auch. Was heißt das bitte untereinander, Leute? Hatten Sie Ihre Schmeckerlinge weggebissen oder das gesamte Insektenreich legiert? An sich das gesamte Insektenreich. Darf ich nochmal auf die Äpfel zurückkommen? Kammgarnspinnerei. Ich sag einfach mal Kammgarnspinnerei. Ja, sag ruhig ein drittes Mal. Kammgarnspinnerei. Jener Industriezweig, in dem man sich mit der Herstellung feiner Stoffe beschäftigt. Und eventuell, ja nicht eventuell, sondern ich weiß es. Eine Maschine, die Kammgarnspinnerei quasi durchführt, das ist ein Spinner. Okay, ich würde gerne nochmal auf Rudolf Mooshammer zurückkommen. Da hattest du nämlich auch noch nichts zu gesagt. Nein, der Name reicht ja eigentlich auch schon. Der Name ist Programm, das ist wahr. Aber das ist alles verkehrt. Ist denn das ein Begriff aus dem Bereich Segelsport? Dort gibt es ja zum Beispiel auch den sogenannten Spinnacker. Das ist ein ganz bestimmtes Segel. Und ein Spinner ist vielleicht tatsächlich etwas in Abwandlung dazu. Vielleicht ein Teil des Spinnackers, der in irgendeiner Form lackiert ist, um irgendwie eine Wind- oder Wetterabweisende... Also sind wir im weitesten Sinne beim Wassersport? Ja. Schön. Ist das richtig? Nein. Können wir trotzdem dabei bleiben? Von wie aus gerne. Können wir einfach eine andere Lösung anbieten? Da bin ich im Handwerk. Was ist alles Spinner? Handwerk. Das hört sich doch wieder nach etwas an, was man sich reichen muss, wenn man etwas baut. Reich mir mal den lackierten Spinner rüber. Das muss ein Teil sein, das sich schnell dreht. Aus dem Englischen her, to spin. Das ist richtig. Ach echt? Also eine Spule. Vom Englischen to spin. Es ist eine Spule? Ist es eine Spule? Nein. Etwas lackiertes, was sich sehr schnell dreht. Ein Kreisel? Ist es ein Kreisel? Es gibt so eine Maltechnik, die wird in Kindergärten gerne angewendet. Dann kannst du dich ja aus. Sag mal ganz ruhig, du Sachsenfreundin. Also ich bin aber nur so rasiert, das sieht es immer so aus. Moment, die Ruhe bleibt. Und zwar ist das so, man hat eine Vorrichtung mit einer Kurbel, die dreht man ganz schnell. Jetzt wird Lack, also sie spinnt, dann wird Lack hineingeschüttet und dieser Lack zwirbelt an den Rand und das gibt besonders schöne Muster. Vielleicht gibt es ja ein Lackierungsverfahren, was aufgrund der schnellen Kreisbewegung von lackierenden Elementen einer Lackiermaschine so heißt. War da jetzt ein Prädikat dabei? Also du hast jetzt nur ein Prädikat gut. Du hast gerade nur in Nebensätzen gesprochen. Das hat gar keinen Hauptsatz. Wo dreht sich eine schnelle Drehung? Zum Beispiel im Düsenflugzeug, Düse, Turbine, das Mittelteil, das sich ganz besonders schnell dreht. Keine Turbine. Aber Zentrifugalkräfte. Propeller, ah, der lackierte Spinner ist der einzige Propeller, der markiert ist, dass man sieht, dass sich das Propeller dreht. Quatsch. Aber es war doch schnell. Es war die schnellste falsche Lösung. Der Geschichtsschnipp angenial daneben. Aber ich glaube, ihr seid ganz nah dran. Ihr seid ganz nah dran. Also wir sind in einem Düsenflugzeug. Propeller war schon. Aber in einem Flugzeug. Man sieht Propeller. Ja. Also man sieht bei einem Propeller nicht, dass er sich dreht. Windrad. Turbine, Windkraftwerk. Propeller? Ja klar. Windrad? Windrad sind doch Propeller. Ja, aber ich dachte jetzt, dass das fliegt. Das Flugzeug fliegt und hat einen Propeller. Das stimmt. Genau. Ja, aber hat das was mit Flugzeug zu tun? Das stimmt. Okay. Also nicht Windrad. Der lackierte Spinner. Der lackierte Spinner. Im Unterschied zu dem wahrscheinlich nicht lackierten, oder? Es muss ja einen Unterschied geben. Natürlich. Okay. Also. Sie machen mir so einen etwas dölligen Einblick, Herr Balder. Es ist ein Teil eines Hubschrauber. Ich traue Ihnen noch nicht wirklich über den Weg. Eine Protorflügel. Nein. Können wir mal ein bisschen versuchen, wieder das System in die Frage einzubringen? Bleiben wir doch mal dabei, was Röger eben gesagt hat. Wir reden von einem Propeller in einem Flugzeug. Und Sie möchten wissen, um welches Flugzeug es sich handelt? Nein. Ich möchte wissen, was ein lackierter Spinner ist. Das ist der Pilot. Der Pilot. Herr Balder, Sie haben gerade gesagt, ein Propeller in einem Flugzeug. Im oder außen? Also es gibt sehr selten einen Propeller in einem Flugzeug. Ja, sehr selten. Aber Sie haben das ja gesagt. Nein. Vielleicht ist der Pilot eine Transe, der sich ganz gerne mal so ein bisschen... Also, ihr seid wirklich ganz nah dran, aber ihr werdet es nicht rauskriegen. Warum nicht? Weil ich es weiß. Du sollst hier motivieren und nicht demotivieren, Eger. Also, man könnte jetzt einfach sagen, es ist ein Propeller und man versucht jetzt irgendwo rauszukriegen, an welchen Stellen der lackiert ist. Aber das ist nicht die Antwort. Na doch. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Vielleicht außen, natürlich. Außen nur die Kappen sind lackiert. Nein. Modellflugzeug? Nein. Echt? Aber es geht um die Propeller eines Flugzeugs und nicht um einen... Es könnte ja auch der Heckrotor eines Hubschraubers sein, der durch seine Geschwindigkeitsveränderung den Hubschrauber in eine Drehbewegung bringt. Also, ihr Lieben, es geht ja offensichtlich um etwas mit dem Spin, was sich dreht. Der Propeller an sich hat doch in der Mitte ein rundes Stück und außenrum sind die Flügelchen. Das heißt, der lackierte Spinner ist in einem Propeller das Mittelteil, was die Flügelchen zum Drehen bringt und der ist lackiert im Gegensatz zum unlackierten Spinner. Ich lasse das mal so gerne. Ja. Du bist ein Quell steter Freude. Ja, ich danke euch. Du bist heller Brunnen. Spinner oder Spinner wird der vordere Teil eines Propellers bei Propellerflugzeugen genannt. Zur Verzierung wird auf die Propellernase, das was sie meinen vorne, oft eine Verkleidung aus Chrom oder anderen Materialien gesetzt. Wird diese Verkleidung des Spinnens lackiert und nicht chrom gelassen, spricht man von einem lackierten Spinner. Richtige Antwort von Hugo Egan-Baller. Genau so ist es. Sigi, es tut mir leid, Sie haben es mit vereinten Kräften geschafft, aber ich muss es gelten lassen. Wir kommen zu Carsten Spahl. Er wohnt in Halves-Bostel. Das liegt nicht in der Nähe von Stuckenbostel. Also, Carsten Spahl aus Halves-Bostel hat eine sehr interessante Frage, ich bin sehr gespannt. Warum steht auf dem Mittelstreifen der Autobahn A20 bei Lübeck ein Briefkasten? Nee, ne? Wir reden von einer Autobahn. Da steht ein Briefkasten. Ja, schön. Vielleicht eine kleine Information. Es handelt sich nicht um einen gelben Briefkasten von der Post, sondern es ist ein handelsüblicher Hausbriefkasten. Das ist eine Adresse, da wohnt jemand. Wer? Ein Baulwurf. Die spielerische Maulwürfe aus den Kinderberassungs-Eiern, die wohnen da und kriegen Post. Wie, etwa nein? Ja, nein. Ich glaube, da wohnt ein Mensch, weil Maulwürfe schreiben keine Briefe. Vielleicht jemand, der durchsichtig ist, das steht auch noch nicht ein Haus direkt. Nein, der wohnt natürlich unter Tage. Ja. Der wohnt unter Tage. Der will absolut seine Ruhe haben. Da wohnt in Wahrheit jemand, der nie Post bekommt. Wenn man mal genau drüber nachdenkt. Also ich denke, das ist das Gebiet, wo früher Leute gelebt, gewohnt, ganz normal ihren Alltag verbracht haben. Und dann hat man dieses Gebiet, hat dann der Staat einfach zum Bauen dieser A20 diesen Menschen enteignet. Ja. Man hat diese Menschen enteignet. Ja. Und dieser Briefkasten ist ein Stück weit aber einfach vergessen worden. Man hätte auch ein Haus vergessen können, aber dann hätte es natürlich schwere Unfälle gegeben. Und ich habe eine gute Idee, das ist eine Briefkastenfirma von irgendwelchen Schiebern, die damit relativ sicher sind, dass sie im Grunde genommen nie überprüft werden können. Weil wer kann da schon halten und gucken, ob keiner wohnt? Oder? Wo ist denn die A20? Bei Lübeck. Und das ist ganz interessant, weil der A20 ist nämlich folgendes, da gibt es ein Stück, da ist ein Mittelstreifen, da ist ein Briefkasten. Und man weiß bis heute nicht, warum. Wo ist denn die A20? Bei Lübeck. Ich glaube, dass das wirklich so etwas Besitzwarendes ist. Also das ist so, vielleicht so halb enteignet und solange da der Briefkasten ist, hat der ehemalige Besitzer noch das Anrecht, dort sollte die Autobahn mal weg sein, das kommt ja mal vor, dass die geklaut wird oder so. Von der Straßenräume. Zum Beispiel. Ich bin auch ziemlich sicher, dass es bei der Deutschen Post eine Leitlinie gibt, wo Post ausgeliefert werden muss, nämlich flächendeckend und dass es keinen Bezirk gibt, in dem gar kein Briefkasten vorhanden sein darf. Es ist aber kein Postbriefkasten. Nee, nee, es ist der eines Empfängers. Das macht meine Antwort ja gerade so unüberflüssig. Achso. Vielleicht hat das wirklich was damit zu tun, dass dort etwas zugestellt, theoretisch etwas zugestellt werden kann. Kann, genau. Vielleicht hat das irgendwas mit Zustellung zu tun. Vielleicht ist das ein Bunker, so ein Kriegsbunker oder sowas in Norddeutschland und für den Fall, dass Krieg kommt, zum Beispiel die Bayern nach Norden oder sowas. Kann es sein, dass da längst vergessen ist? Kann es sein, dass mein Satz nicht so einig war? Jetzt weiß ich, warum ich so lange nicht mehr hier war. Mir ging es sehr, so gut in den letzten drei Monaten. Aber jetzt geht es mir wieder viel besser. Du hast mich eben ruhig gesehen. Du willst mich mal laut sehen. Also. Punkt. Und zwar könnte das doch dort eine Hundeschule sein für Hunde, die Briefträger beißen, weil da würden sie sich auf einen mittelstreifen der Autobahn. Ja, da lernt man den gut. Kann es sein, dass unter dem Briefkasten längst vergessen geglaubte Persönlichkeiten der deutschen Geschichte wohnen und da noch Briefe empfangen? Du musst dich wissen, ne? Ja, also. Ich, äh, Idee, Idee. Vielleicht gehen wir die ganze Zeit davon aus, dass es sich um einen Mittelstreifen handelt, der nur so ein, zwei... Es ist ein Mittelstreifen. Ja, darf ich... Lass ihn doch mal ausreden. Nein, Gott, immer dieses Entforsfall. Wir gehen die ganze Zeit von so einem schmalen Mittelstreifen aus. Vielleicht ist das ja so ein Mittelstreifen, der... Es ist ein schmaler Mittelstreifen. Ich weiß, wer da wohnt. Die Autobahn. Vielleicht steht da einfach Autobahn an dem Schild. Och, und die A20 kriegt Liebesbriefe von der A14. Aber dann ist es ja wirklich der Briefkasten von der Autobahn-Polizei. Nein, ich würde es euch sagen, ihr... Ne, lass uns noch was raten. Der Bernhard will sich auch noch mal aufregen, gell? Das kann er gleich. Also, die A20 endet derzeit in der Nähe von Lübeck, soll aber später einmal weiter bis nach Polen ausgebaut werden. Ach so. Damit unkundige Autofahrer nicht geradeaus in den Acker brettern, weil die Autobahn zu Ende ist, werden sie rechtzeitig durch Warnlichter von der A20 abgeleitet. Und es wird täglich geprüft, ob diese Warnlichter auch alle intakt sind. Dann wird ein Prüfprotokoll erstellt. Und da die zuständige Autobahn-Meisterei aber ca. 20 Kilometer weit entfernt ist, wurde auf dem Mittelstreifen ein Briefkasten aufgestellt, in dem das Prüfprotokoll eingeworfen wird. Und einmal pro Woche wird dieser Briefkasten von der Autobahn-Meisterei gelegt. Das glaube ich nicht. Das ist so. Harsten Spahl aus Halves Bostel. 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen sehr. Was ist denn das? Wunderbar. Warum? Warum? Was ist die sogenannte Boxerstellung? Ja, das ist ein Beruf, also ein Arbeitsplatz für Hunde mit kopierten Ohren. Was machen die? Die beißen Briefträger. Na, die sind dann da so eingesetzt halt. Als... Als... Als Boxer eben. Die Boxerstellung. Boxeraufstand China, angeführt von den deutschen Truppen, hat dort ja eine multinationale Truppe Anfang des letzten Jahrhunderts gegen chinesische Aufständische gekämpft. Und die vorderste Linie dieses Kampfes, das war die Boxerstellung. Danke. Nächste Frage. Falsch. Ist das die Stellung vom Embryo in der Gebärmutter, was so aussieht wie Boxer? Nein. Es ist aber eine Körperhaltung. Ja. Das ist es. Kann man... Ist das auf der Toilette vielleicht, dass man seine Shorts anlassen kann? Boxer-Shorts. Eine bestimmte Stellung. Wie soll das denn funktionieren? Ich kann das gerne mal vormachen. Ja, dann laufen lassen wir das. Ja, ohne dass man sich die Baumwolle dabei beschmutzt. Wie du meinst, kann ich nicht so hochziehen, dass hinten rechts 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 bleibt. Vielleicht sollte man erstmal überlegen, der Boxer hat ja verschiedene Stellungen. Also zum Beispiel nicht diese, sondern vielleicht wenn er K.O. geschlagen ist und liegt. Ist ja auch eine Boxerstellung. Also wenn man schläft zum Beispiel, ist man eine Boxerstellung. Aber das wäre ja eher eine K.O.-Stellung. Ja. Es gehört auch zum Boxer dazu. Ich glaube, wir müssen überlegen, was hast du zitiert mit dieser Haltung? Weil das ist typisch Boxer. Guck mal hier, ich muss mal üben. Es ist viel über die Stellung der Frau in unserer Gesellschaft geschrieben und auch diskutiert worden, Hella. Und ich meine zu Recht und ich meine auch zu viel. Das meine ich nicht, Herr. Ist das jetzt vielleicht, erleben wir gerade so einen Paradigmenwechsel, dass jetzt über die Stellung des Boxers reich in der Gesellschaft gesprochen wird? Ein unterdrücktes Phänomen unserer Gesellschaft. Kannst du mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber war ein Versuch. War ein Versuch. Vielleicht ist die Boxerstellung ein Sicherheitsabstand, den man einnehmen muss, dass man so eine Faust, weil das ist bei mir nicht so viel, keine Angst, dass man so eine Hand weit weg sein muss, damit ein Boxer eine nicht treffen könnte. Die sogenannte Boxerstellung, Sicherheitsabstand für irgendwelche gefährlichen Handlungen. Aber die Boxerstellung, jetzt unabhängig davon, ob der jetzt so macht oder so macht, ist ja eine relativ parallele Stellung der Arme. Also es hat vielleicht etwas mit dem Abstand der Arme oder was im Skelettgerüst hängt. Immer Deckung und Angriff. Es hat was mit der Orthopädie zu tun. Begriff aus der Medizin. Im weitesten, ja. Ja, dass man die Arme zum Beispiel nicht abwinkeln kann, sondern immer so halten muss. Also ein Defekt im Ellenbogengelenk. Nein, nein, nein. Ist es ein Defekt im Beinbereich? Weil die Boxer stehen ja meistens immer so ein bisschen im Plie, ja? So ein bisschen die Knie so ein bisschen immer angewinkelt. Und das ist das Stichwort Defekt, dass das vielleicht bei älteren Menschen, die Osteoporopä... Die also eine Entfaltung haben, dass die die Beine nicht mehr ganz gerade kriegen. Bei denen nennt man das wie bei der Schaufensterkrankheit, haben wir auch in dieser Sendung gelernt, dass das jetzt aber die Boxerstellung ist. Es ist aber kein Defekt. Hat das was mit, wie man Arme eingibst, zu tun? Aha. Ist es ein Begriff vielleicht aus der Zahnmedizin, Medizin im weitesten Sinne, weil es könnte ja zum Beispiel auch ein Überbiss sein, also die Stellung, die der Boxer einnimmt, wenn er diesen albernen Gummischutz in der Fresse hat. Wie würde das denn aussehen? Das ist, wenn ich kurz klugscheißen darf, eine Progenie. Ah, das ist Progenie. Und das, der Überbiss? Prägenie. Wie heißt der? Prägenie. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Herz. Alles falsch. Nase. Alles falsch. Wir einigen uns aber auf Arme. Wir einigen uns zum Beispiel auch auf Arme. Also auf Extremitäten. Es gibt also auch noch andere Körperstellungen, bei denen der Begriff passt? Und sind wir in der Kranken... Nein, aber wenn es mit den Armen zu tun hat, hat man ja wahrscheinlich eine ganz bestimmte Körperstellung. Also sind wir in der Krankengymnastik? Nein, sind wir nicht. Reden wir überhaupt von Extremitäten, also von Beinen und von Armen? Wir reden von Armen zum Beispiel. Ah, ist es vielleicht in der Kunsthochschule eine bestimmte Stellung, die das Modell einnehmen muss, damit es abgezeichnet werden kann, weil bestimmte anatomische Zeichnungen dann besonders gut gelingen? Zum Beispiel? Zum Beispiel, genau so wie ich sag. Aber es wird auf der ganzen Welt sehr, sehr viel für die Armen getan. Ach. Ja, warte, das stimmt doch. Und vielleicht... Ja, wir kommen ja so nicht weiter. Also Boxausstellung... Boxausstellung ist die sowas. Das war verkehrt, oder was? Das war ziemlich verkehrt. Defensiv oder... Aber keine schlechte Idee. Aggressiv. Weder noch. Eher defensiv. Eher... Also... Handhaltung? Wir sind also in so... Die Handhaltung selber kann es natürlich auch noch sein. Also, dass man die Hand zur Faust beilt und pränatal, also in der Gebärmutter spielt sich das Ganze nicht ab, was wir hier besprechen. In der Gebärmutter spielt sich das Ganze auf gar keinem. Gut, also danach. Wieso guckst du denn heller an, dann war ich... Weil ich eine habe, du Nase. Halswarten! Manchmal sind wir doch bei solchen Merkwürdigkeiten auch gerne in der Polizeischule. Damit hat es aber auch nichts zu tun. Gar nicht. Das hat auch nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Nein, ich habe ja gesagt... Sie hatten ja eben gesagt, im weitesten Sinne Orthopädie und das war auch kein Häuschen. Nee, hatte ich nicht. Ich habe gesagt, im ganz weitesten Sinne Medizin. Von Orthopädie haben wir überhaupt nicht geschaut. Doch, da war ich aber dabei. Ja. Veterinärmedizin vielleicht. Vielleicht ist es ja etwas, was man irgendwo bei Tieren, vielleicht in einer Schockstarre oder so etwas bemerkt, was dann so ähnlich, wenn die irgendwo so liegen, dass das so ähnlich aussieht. Nicht, nicht, was? Nicht, was? Schafe. Nein. Ziegen. Nein. Affen. Andere Weidetiere? Affen. Kleintiere. Säugetiere. Nein. Insekten. Nein. Sonst gibt es da gar nichts. Refilien. Amphibien. Es sind ja auch keine Tiere. Herr Baller, Sie wollen heute einen auf die Fresse. Kann das sein? Ich werde euch jetzt sagen, was die sogenannte Boxerstellung ist. Warum sind wir wirklich so weit weg? Bitte? Sind wir wirklich so weit weg? Ja, ihr seid ein bisschen weit weg. Was ist das denn? Also es hat ja schon was damit zu tun, mit der Handstellung. Die Boxerstellung ist ein Begriff aus der Röntgenmedizin. Ja, das war ja... Und zwar, der Patient nimmt dazu folgende Position ein. Holger, kommen Sie mal her. Als es hieß, der Patient nimmt, dachte ich, gleich kommt Holger. Ja, kommen Sie mal her jetzt. Stellen Sie mal so hin, dass das Sie alle sehen, vor allem die Damen und Herren zu Hause. Der eine Arm ist in Schulterhöhe nach vorne gestreckt. Sachsen-Fortland. Schulterhöhe. Es liegt ein Hauch Brandenburg in der Mitte. Ja, das gefällt dir, ne? Der andere befindet sich angewinkelt und leicht nach hinten gezogen, etwas unterhalb des Schultergelenks. Muss ich den vorher abschrauben oder gar nichts? Also der andere Arm, leicht angewinkelt und leicht nach hinten gezogen, etwas unterhalb des Schultergelenks. Ist das, wenn man nichts hat, dass man trotzdem was findet? Ja, naja. So, unterhalb des Schultergelenks. Und dabei steht der Patient etwas seitlich zum Röntgenapparat. Herbst, machen Sie mal ein Röntgenapparat. So, so. Ja. So, diese Box-Ausstallung muss eingenommen werden, wenn der Arzt sich den Übergang von der Hals- zur Brustwirbelsäule ansehen will. Da das Gewebe in diesem Bereich sehr stark ausgebildet ist, würde es bei einer frontalen Aufnahme der Wirbelsäule von hinten zu Belichtungsproblemen kommen. Thomas Bakinitsch aus Norburg. 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Sehr gut. Robin Wallraff wohnt in Neuss, ist heute Abend hier. Robin, wo finden wir dich? Da oben. Da oben sitzt er, einer von den schlechten Plätzen auf dieser unheimlich harten Treppe. Hat nur für den Treppenplatz gereicht. Egal, Robin ist da, möchte 500 Euro haben und ihr gebt euch bitte Mühe, dass ihr sie bekommt. Robin ist mit seiner Marion da. Der war nicht schlecht. Gut, der war auch nicht gut. Robin möchte wissen, was ist die Gierstellung? Gier? Ne, guck dir doch diese Augen. Das ist auf jeden Fall. Also, da bin ich jetzt persönlich bei der Hundeschule, in der Hundeschule. Der Hund an sich ist ja gerne gierig auf sein Fresschen. Und die Gierstellung ist halt dieses, wenn die total am Halsband zerren, die... Und das soll der Hund ja nicht, der soll schön bei Fuß gehen. Das hat also etwas damit zu tun, dass die nicht so am Halsband zerren. Falsch. Ich glaube, das Stichwort heißt Eier. Lass doch den Robin mal raus einen Moment. Die Eier oder auch Abgott-Schlange ist in der Lage, durch Aushebeln oder Aushängen ihres Unterkiefers, Eier in der Gänze zu verschlingen. Und dieser Zustand des ausgehängten Unterkiefers, das ist die Gierstellung. Wäre das nicht eher die ausgehängte Unterkieferstellung? Ja, aber kurz, in der Abkürzung, G-I-E-R-Stellung, die Gierstellung. Nein. Es ist ein Rheuma-Problem, und zwar ist das, wenn die Hände verkrampfen und man eigentlich nur noch so durch die Gegend läuft. Die Gierstellung, weil... Nein, das ist ja schon die Boxerstellung. Nein, die Boxerstellung ist die Scheiße, die ich eben noch rauskriege. Herr Walter, das ist eine Abkürzung in einem Drehbuch gewesen, und zwar in dem Drehbuch von Pretty Woman. Das ist... Mit Richard Gier. Ja, genau. Schön, dass du... Du bist ein bisschen unter Druck, oder? Ja, ich muss auch verletzen. Ich wäre für eine Zahnarztpraxis, weil wenn ich jetzt gierig bin, also ich gehe einfach mal drauf, man ist gierig auf Essen. Vielleicht ist ja man auch was ganz anderes gierig, aber wenn ich gierig bin auf Essen, speichle ich ein. Und vielleicht ist das in der Zahnarztpraxis eine Stellung, wenn diese 3000 Tampons einem nicht irgendwie in der Backe wohnen. Und es gibt zu viel Speichelfluss. Also eine Stellung des Kiefers, wo der Speichel zu stark fließt. Gute Idee. Falsch. Weiter. Zarratz auch falsch? Falsch, ganz falsch. Gut. Wird das denn überhaupt G-I-E-R geschrieben? Ja. Aha. Und das bezeichnet auch die Gier in näherem oder weiterem Sinne, wie wir sie... Also eine, die Sie tot sünden? Die Gier? Die Gier? Nein. Aha. Ein Norbert Gier, der Namensgeber der Giersteller gewesen ist, ein berühmter Sexolog oder so. Nein, das ist kein eigener. Nein, nein. Geht es denn um die Gier auf Essen oder geht es um die Gier auf Sex oder die Gier auf Geld? Das müsste man jetzt wissen. Ein Gier. Vielleicht gibt es noch ein anderes Gier-Gier. Es gibt Pem-Gier, die berühmte Schauspielerin. Ja, das war jetzt wie Richard Gier, nur nicht ganz so gut. Gier ist doch auch Gang im Englischen, also bei der Gangschaltung. Wenn wir jetzt die Gangstellung... Ich trage sich aber G-E-A-R. Ja, das hat man dann eingedeutscht. Natürlich. Sonst wäre es ja ganz leicht gewesen. Ich würde jetzt nochmal in das Tierreich zurückkommen wollen, weil möglicherweise geht es nicht um die Gier, die schon vorhanden ist, sondern um eine, die hervorgerufen werden soll. Zum Beispiel welche? Ich weiß ja, dass zum Beispiel, wenn Tiere zur Paarung geführt werden, Tiere, die sich zum Beispiel nicht so gerne von selber paaren, wie der Panda-Bär, der ja dann später als Auto auf den Markt gekommen ist, weil es so wenig Bären gibt, hat man erstmal alternativ. Aber das vielleicht damit zu tun hat, dass man die da irgendwie motiviert. Die Experimente des Dr. Pavlov, der Pavlovsche Hund, das ist ja eine mechanische Vorrichtung, die den Hund konditioniert sozusagen. Und in dieser Vorrichtung, da wird das Ganze zu Beginn des Experiments auf die Gierstellung gestellt. Damit der gierig wird. Damit der sabbert. Ich giere nicht auch gucken, ich giere auf etwas. Sehr gut, sehr gut. Ein Schaden an den Augen, dass man... Sehr gut. Hallo? Hallo? Sehr gut. Was war das wieder für eine Geste? War das die Geste? Sie sind ganz weit weg oder? Ja, geht doch mal in die Richtung. Ich wollte sagen, Helle von Sinnen ist dran. Ich frage mich, was ist Gieren noch außer Spechten? Aber das ist wirklich gut. Vielleicht hat das was mit dem Test beim Augenarzt zu tun, dass man bestimmte, um rauszukriegen, ob irgendwelche Augenkrankheiten... Ich habe noch nie ein Arzt sagen hören, gieren Sie mal in meine Richtung. Aber wir kennen ja alle diese Buchstabentafeln, nicht? G, I, E, R, zum Beispiel. Dann gibt es auch die Glyp-Stellung. Das ist ja die nächste Zeile. Genau, ja. Ihr wisst nicht, was Gier noch bedeutet und deswegen werdet ihr es nicht rauskriegen. Und deswegen werde ich es euch sagen. Nein, wir können noch in diesem... Wir können Robin die tocken. Doch, doch, doch. Ihr habt keine Ahnung. Olli kommt zum Beispiel aus Hamburg. Ich denke mir, vielleicht hätte es gewusst, aber er weiß es nicht. Es kommt aus dem Seemännischen und bedeutet außer Kurs laufen. Gier. Also die Gier-Stellung findet man im Fährbetrieb. Es gibt Fähren, die allein durch die Strömung des Wassers quer über den Fluss bewegt werden. Das ist sehr peinlich. Die Fähre wird in die sogenannte Gier-Stellung, sprich Schräg-Stellung, zur Strömung gebracht und sie kommt alleine durch die Kraft des Wassers zum anderen Ufer. Ohne Motor, ohne alles. Das ist die Gier-Stellung. Robin, kann heißer Abend werden heute. 500 Euro. Meine Damen und Herren, wir warten auf Ihre Fragen. Es wäre schön, wenn Sie uns Fragen zuschicken. Wir können immer Fragen gebrauchen. Also, wenn Sie ein paar Fragen haben, genial daneben. 50 616 Köln oder 01378 10 11 20. Ein Anruf reicht oder fragen-at-genial-daneben.de. Birte Gorissen wohnt in Kleve und möchte gerne wissen, was ist das sogenannte Zungenspitzenphänomen? Ah, das weiß ich. Soll ich verraten oder nicht? Nein, nein, nein. Doch, doch. Nee, das wäre albern. Zungenspitzenphänomen. Wenn du es weißt. Das ist aus dem Bereich der Elektrizität. Soll ich verraten? Ja, natürlich. Ja, sag es doch bitte. Auch auf die Gefahr, dass die Frau in Kleve weint. Das Phänomen gibt es auch beim Spargel. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Nee, ich fang mal an bei den Zungenspitzen. Zungenspitzen seitwärts hoch zu rollen, das kann nur ein bestimmter, so wie du das jetzt machst, kann ein bestimmter Anteil der Bevölkerung, ein anderer kann es nicht. Es wird vererbt, frag mich jetzt nicht, rezessiv, dominant sowieso. Erlernt kann es nicht werden. Man kann es nicht erlernt. Man erbt diese Fähigkeit, kann sie von klein auf und... Seine Eltern laufen immer so rum. Das ist richtig, oder? Eine falsche Antwort, ja. Ach, nein! Herr Baller, nein! Das ist ein bisschen der Rat. Das ist doch. Nein. Das ist nicht schlecht. Wieso? Das können Sie doch nicht machen. Sie hätten doch Ja sagen können und das Geld unter der Hand weitergeben, aber Sie können doch den armen Mann jetzt hier nicht... Aber Moment, Moment, Moment. Was meinst du denn dann, weil du dir so sicher warst, heißt es vielleicht anders? Vielleicht heißt es Zungenseitenphänomen oder so etwas? Nee, ich werde auch Sat.1 verklagen hieraufhin. Ich bin sicher, dass Zungenspitzenphänomen ist das, was ich da eben beschrieben habe. Ich will auch die Antwort zu sagen. Zungenspitzenphänomen. Bei Trompeten, 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 da gibt es diese Flatterzunge, das ist tatsächlich... Ja, das ist das Flatterzungenphänomen, aber das meine ich nicht. Ich meine, das Zungenspitzenphänomen. Da hat er recht. Vielleicht befindet sich genau auf der Spitze der Zunge kein einziger Geschmacksnerv, obwohl die gesamte Zunge verpielen ist mit dem, was du da gerade gesagt hast. Genau. Und nur auf der Zungenspitze. Vielleicht hat es etwas mit Strömung zu tun, weil damit nicht die Zunge im Mund, sondern eine Landzunge gemeint ist, wo sich verschiedene Meere von rechts und links, wie zum Beispiel in Kapstadt, Herr Balder, wir haben uns zufällig mal getroffen dort, sich der Indische Ozean und der Atlantische Ozean treffen und dort ein Phänomen auftaucht, nämlich dass merkwürdige Temperaturströmungen im Wasser stattfinden. Würde ich in dem Falle mehr das Phänomen von Kaporn nennen, aber... Also ich bin doch wieder im menschlichen Körper und bei der Zunge wissen wir ja, dass man die Zunge in vier oder fünf Bereiche einteilen kann. Dass beispielsweise der hintere, rechte Bereich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, mit dem schmeckt man am besten bitter, mit der gegenüberliegenden Seite besser, sauer, anderes nimmt süß, besser wahr und so. Und was denn? Was schützt du dir in den Kopf? Ist das eine Krankheit? Nein. Darf ich kurz trotzdem ausreden? Es ist falsch. Es ist falsch, vollkommen richtig. Es ist falsch, was ich hier sage. Also weißt du schon wieder, was die richtige Antwort ist? Nein, aber ich weiß, dass dieses Phänomen, das galt bis vor fünf Jahren, dann hat man festgestellt, dass alle Bereiche der Zunge gleich schmecken können. Ach, du willst mir einreden, dass mein Wissen überholt ist? Ja, das ist... Dann gehe ich jetzt. Dann werde ich hier wohl nicht mehr gebraucht. Ist das vielleicht eine spezielle Krankheit bei Köchen, weil die besonders viel mit ihrer Zungenspitze abschmecken müssen und man hat das diese... Also ich gebe euch mal eine kleine Hilfe. Es hat überhaupt nichts mit Krankheit zu tun. Die Schlangen. Vielleicht Schlangen, die sich über die Spitze orientieren. Ein Knoten in der gespaltenen Zungenspitze einer Schlange. Einer blinden Schlange. Eine Blindschleiche hat auch eine gespaltene Zunge, glaube ich. Also, wo gibt es denn... Vielleicht ist das die Krankheit, die Politiker im Laufe ihrer Amtszeit befällt. Das ist nicht schlecht. Weil man sagt ja auch, man spricht mit falscher Zunge. Ja, dann wäre es aber die Zungen falsch. Das Zungen falsch. Vielleicht ist es etwas ganz anderes, etwas Mechanisches, weil wir doch mit unserer Zungenspitze die Lippen befeuchten können. Orgel. Vielleicht ist es... Irgendetwas in einem Motor. Ich bin in einem Motor. Dann bleiben Sie mal drin. Ich glaube, es kommt aus der Modebranche, aus der Schuhindustrie. Es gibt ja die Zunge im Schuh. Vielleicht gibt es ein besonderes Phänomen, dass man besonders oben an der Spitze einen höheren Verschleiß hat. Dass man dort besondere Phänomene, wie zum Beispiel Verschleiß, beobachten kann. Oder eben auch das Zunge. Und das nennt man das Zungenspitzenverschleiß. Das ist richtig? Nee. Aber Kirchenorgel, da gibt es ja auch Zungen in den Pfeifen, die dort betätigt werden. Wenn man jetzt auf so eine Kirchenorgelfeife besonders stark drauf fließt, dann schließt sich die Zunge und öffnet sich nicht mehr. Ist das das Zungenspitzenphil? Nein. Also ich habe mir gedacht, ihr könntet vielleicht drauf kommen, alleine... Hat das doch mit Schlüsseln zu tun? Nein. Alleine vom Wort her Zungenspitzenphänomen. Aber ich werde es euch sagen. Kennt ihr den Ausdruck? Ach. Ja. Ich komme nicht drauf, aber... Was ist ein Vakuum? Warte mal, ich hab's in den Vakuum. Wenn einem das auf der Zunge liegt. Ja. Gehirnforscher und Entwicklungspsychologen sprechen vom Zungenspitzenphänomen, wenn einem das Wort, das man aussprechen will, auf der Zunge liegt, es aber einem einfach nicht einfällt. Ja, das war ja gerade so. Ey. Die ganze Schau hat einen Zungenspitzenphänomen. Ja. Genau so ist es. Kürtel, 500 Auge für Sie. Genau so war es eben. Sibylle Boin, Boin, B-O-I-N, Boin, aus Waldenburg, liegt in Baden-Württemberg, möchte wissen, was versteht man unter einem Garagenvertrag? Oh, Nachbarkeitsstreitereien. Ein Garagenvertrag? Ein Garagenvertrag. Ich hab jetzt neulich bei Blond am Freitag gelernt, da soll jetzt demnächst so ein Pornosender etabliert werden, in Mecklenburg-Vorpommern, der heißt irgendwie Plussex. Und der bietet drei Spatenfilme an. Homosexuellen Filmchen und Hochglanzsex und sogenannte Garagenfilme. Das ist dieses Deutschland privat. Ach so. Wenn der Mitbürger an sich pimpert und nebenan sitzt der Reporter auf dem Sofa. Ganz schöne Nummer ist das, Herr Walden. Und vielleicht ist ein Garagenvertrag der Vertrag von Pornofilmern mit Otto Normalverbrauchern, und dass sie die zeigen dürfen, während die es sich nett machen. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass ich hier so ne Frage stelle? Doch, klar. Doch, ehrlich gesagt, ja. Ich glaube, es ist wirklich eine spezielle Mietvertragsregelung, dass man nur bewegliche Güter unterstellen kann, aber nicht bewohnen. Also ein überdachtes Gebiet, was nicht bewohnt werden kann, sondern nur bewegliche Güter. Da war meine Erklärung aber origineller. Finde ich auch. Finde ich auch. Aber Ihre war genauso falsch wie seit. Ja. Vielleicht ist es ein Vertrag, wo das Papier an zwei bestimmten Stellen eine vorgefalzte Kante hat, sodass man diesen Vertrag, wenn man Lust hat, wie so einen kleinen Kasten aufstellen kann. Oh, wie eine Schuld. Das ist unsere Antwort, Herr Walden. Eine andere geben wir nicht mehr. Da kann man da seine Modellautos reinstellen. Ja, natürlich. Das ist geil. Das ist eine tolle Idee. Mein Garage. Da oben lachen sie sich gerade tot. Das ist doch eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Aber es ist super geil. Aber sind wir denn in der Architektur im weitesten Sinne, dass es etwas damit zu tun hat, ob man eben jetzt Gebäude oder eben Garagen da noch mit dran klöppelt? Architekten. Ja, mit dran klöppelt. Wo? Wer? Woran? Am Haus. Eine Garage. Ja, das macht ja der Summi. Das habt ja sogar ich kapiert, Herr Walden. Also ich frage trotzdem, ob der Architekt mit dem Semmeling einen Garagenvertrag abschließt. Ja. Der Architekt. Warum soll der mit dem in Garagenvertrag? Ja, ich frage nur einfach, ob es ein Architekt ist, der diesen Vertrag abschließt. Da können Sie mit Ja oder Nein drauf anfangen. Ja, können ich. Vielleicht über den Bau einer Garage zum Beispiel. Ja, das ist schon alles falsch. Was ist das denn? Falsch. Falsch. Reden wir gar nicht von diesem Katzen, wo man gemein in den Autoparkt. Doch, davon reden wir. Vielleicht ist es, es gibt doch Haustürgeschäfte, die dürfen innerhalb von zwei Wochen mit der gekündigt werden. Vielleicht gibt es bestimmte Garagengeschäfte. Ihr müsst überlegen, was für Geschäfte werden in einer Garage abgewickelt? Zum Beispiel Rauchen und offenes Feuer verboten steht immer in Garagen. Stimmt, vielleicht ist es etwas... Wenn man ein Haus, wenn man einen Bausparvertrag hat zum Beispiel, habe ich noch nie gehabt, aber sagen wir mal, wenn man ein Haus baut und macht einen Vertrag mit Leuten, die einem das Haus dann bauen, dann gibt es ja verschiedene Stadien, glaube ich, schlüsselfertig oder nur in dem und dem Zustand oder nur in dem und dem Zustand. Und vielleicht ist ein Garagenvertrag ein Vertrag, der das Haus in einem bestimmten, unfertigen Zustand beschreibt. Christoph, ich weiß, wie ich heiße, aber ich kann jetzt... War das richtig? Nein. Vielleicht sind wir ja in der Formel 1. Boxenstopps. Das wäre zu nah liegen, glaube ich. Ja, warum dann Garagenvertrag? Ich meine, das ist ja keine Garagen, ist ja eine Box. Ja, was weiß ich, die Jungs, die halt nur in der Garage die Autos putzen dürfen, kann doch sagen. Also ich habe ja als Kind, so im Alter von sieben, acht Jahren, sehr, sehr gerne auf die Garagentore der anderen Reihenhäuser gespielt. Das Garagentore, das wir am meisten spielten, das war das von Frau Dreefs und da gab es schon mal wieder eine kleine Geschädigung. Ja, ja, die Dreefs. Ja, die hatte so einen sehr vorlauten Pudel. Wie hieß die? Frau Dreefs war das. Lebt ihr so nicht, hört auf Mallorca? Ich könnte mir vorstellen, dass in der... Oh, ja, das ist doch. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Fußball-Bundesliga Verträge mit sehr jungen Ausnahmetalenten abgeschlossen werden, die eben schon aus großen Entfernungen diese Garagentore exakt treffen. Ja, sehr hübsch, aber leider falsch. Ich glaube, ich finde das aber gar nicht so dumm, auch wenn Sie das nicht der... Ich fange nochmal neu an. Ich finde das gar nicht so dumm, auch wenn Sie nicht der Meinung sind, ich glaube, ein Garagenvertrag ist ein Vertrag über etwas Unfertiges. Also... Hab ich doch gesagt. Aber das hat er nicht verstanden. Ja, und jetzt wirst du das... So. Du musst immer etwas lauter sprechen, wenn du mit dem Buch stellst. Ich habe es verstanden, aber es stimmt nicht. Es ist etwas Unfertiges. Aber es kann ja nicht so einfach sein, dass es, wenn man ein Haus baut, einen Vertrag macht, wo drinsteht, der baut uns noch eine Garage. Es hat nichts mit dem Hausbau zu tun. Aber in der Südsee, da gibt es... Mit dem Garagenbau. Wie wäre es denn beim Gebrauchtwagenhändler, dass das immer von Autos, die in der Garage gestanden haben, die letzten 20 Jahre und Autos, die draußen rum gestanden haben? Na endlich, jetzt sind wir doch völlig verkehrt. Die Garageninseln in der Südsee, ich glaube 1900 erst, aus der niederländischen Kolonialherrschaft entlassen. Diese Kolonialherrschaft Entlassung geht zurück auf den Garagenvertrag. Da haben wir es doch. Von 1412. Nein, von 1900. Das hat er eben gesagt, wenn wir bald haben. Das ist jetzt mal nicht so großzügig hier. Falsch. Ich werde es euch sagen. Garagenvertrag. Einen Garagenvertrag kann man, sofern man eine Garage besitzt, mit der Deutschen Post abschließen. Formloser Antrag reicht. Mit so einem Garagenvertrag ermächtigt der Postkunde den Paketzusteller eine Lieferung in der Garage des Empfängers deponieren zu dürfen. Im Briefkasten findet er dann die Nachricht vor Paket in der Garage. Und dann steht dahinter, nicht heute abholen. Nicht heute abholen. Sibylle, ich komme von der Garen für Sie. Sehr schön. Sehr gut. Ich habe eine Frage von Ivo Baum. Er wohnt in Duisburg und Ivo Baum möchte wissen, was versteht man unter Paarvernichtung? P-A-A-R. Das ist, wenn in der Waschmaschine nicht nur eine Socke, sondern zwei. Paarvernichtung. Aber es ist nicht der Fluss, die Paar. Das wäre ja... Gibt es die Paar? Ja. Aber hat das was im weitesten Sinne mit Textilienbekleidung zu tun, dass man, wenn man vielleicht eine Fehlherstelle hat, dann eben nicht, sagen wir mal, einen Handschuh vernichtet, sondern dann eben das ganze Paar, damit da nichts durcheinander kommt? Im weitesten Sinne nicht. Also im Näher. Im Näher. Im Geologie. Ich hätte es Quantenphysik gesagt, aber es... Ist auch vielleicht... Also zwei Teilchen, Ionen, Elektronen, die tauchen ja auf Paarweise auf, als Materie und Antimaterie. Wenn die sich treffen, verschwinden die gegenseitig und sind weg. Es entsteht nur noch reine Energie. Richtig. Ja, hollé! Eins der was falsch war, war Quantenphysik. Es handelt sich um einen Begriff aus der Teilchenphysik. Ja, Quanten sind Teilchen, aber... Ja, natürlich. Wenn ein Teilchen und ein Antiteilchen aufeinandertreffen, vernichten sie sich gegenseitig, dabei entstehen dann... Ja, natürlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Beim amerikanischen Roulette gibt es die Null zweimal. Habt ihr gewusst oder geraten? Oder schon mal da gewesen? Getwischt, weil es war wie Olli Dietrichgarns, das konnte ja nur eins von beiden Seiten. Entweder die haben keinen oder die anderen haben zwei. Ja, wer war denn schon mal in Las Vegas von Olli? Und, schon mal gespielt? Äh, nee. Und, gewonnen? Ja. Bei Monte Carlo war ich schon mal. Ich war in Bruchsal gestern, das ist auch eine schöne Stadt. Sehr schön. Da war es so beim Friseur, ne? Ja. Mit diesen wunderschönen Worten von Christoph Maria Habs dürfen wir uns verabschieden. Das war genial daneben für heute. Wir sind morgen wieder da mit einer neuen Ausgabe. Und, äh... Und, äh... Das war noch mal mega für heute. Ja, das war noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020